Technik und Passqualität. Hier kommt ein Angriff von der Schweiz gegen Tschechien. Der Ball wird zu Nikola Bischofberg gespielt. Dort kommt der entscheidende Pass zu Christof Kmenisch für das Tor. Wir gehen zurück hier und hier ist das interessanteste, wie Nikola, er läuft in dieser Richtung, aber kann gleichzeitig den Pass mit Qualität in dieser Richtung spielen, ohne dass der Ball Drall hat und kommt perfekt auf die Schaufel für Kmenisch, damit er direkt abschließen kann. Ja, wirklich ein gutes Beispiel von Passqualität.